Und ihr seid alle so gläubig an diese Scheißpolitik, dass sich da was ändern würde. Wir haben mit zwei Millionen Menschen in Pest gestanden, haben in der Friedensbewegung gekämpft. Unsere Polizei ist auf uns gehetzt worden. Wir wurden nassgespritzt, wir wurden niedergeknüppelt. Habt ihr das alle nicht gesehen? Aber jetzt, ja, ich verlange, dass sie sich politisch wieder parteibuchmäßig betätigen.